Das ist echt schwieriger als ich dachte, so was ganz ehrlich, das zu bauen, hey. Aber ich dachte, ja, ein Fünf, das müssen wir hier machen. Holz-Druckflatte, Stein-Druckflatte, Hebel, kann ich den Hebel aktivieren? Die Sache ist Holz-Falltür. Kann ich die nicht eigentlich anders hier machen, Mensch. Das ist das Redstone-Nampfer. Kann ich die jetzt hinstellen? Der Twitter auch, oder was? Knopf. Knopf. Mal, ähm... Redstone-Block. Wenn ich die jetzt da hinstelle. Mal gucken mal hin, so. Okay. Das ist ja draufgegangen, geht hier auf. Das geht. Wer drunter geht, steht hier wieder zu. Ähm, was wieder auf? So, und... Das geht. So, und... Okay. Aber es ist halt so. Und jetzt auf jeden Fall. Hehehe. Genau, genau. So sollte es sein. So. Was ist dein? So. 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 Like. Sofotz. So, ich weiß. So,ja. mit schalter was machen fallen ich muss mal was gucken schieveliger kolben kleveriger kolben und mitsch m und st die So Okay. Das war's für heute. Oh So. T-t-tück. Ha-ha! Was hier in den Kopf machen wir am nächsten Mal? Das ist der Roboter-Konferenz am schwierigsten von allen Rollen, wenn wir so wirklich ein viel haben. Von daher schauen wir einfach mal, wer das noch hinkriegt dann. Bis dahin. Aber jetzt muss ich was führen. So. 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 Oh. Ist schon alter Rätselchen. So. 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 Hier. So. 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 eh. Kassel, Entschuldigung. es ist nichts von den bingern ich verstehe es nicht Ich hoffe mehr von denen ist so wenig Tote. Da ist auch nix, da ist auch nix direkt glaube ich, hochschön, das ist auch nix. Schwierig, schwierig alles. Ich verstehe das nicht, wer ist denn das Ding? Ist ja kein Spoiler oder so, was heißt das? Das ist doof, ich weiß nicht wie es heißt. Ich verstehe das Ding, ich verstehe das Ding. 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 Ich verstehe das Ding. Ich verstehe das Ding, ich verstehe das Ding. Ich verstehe das Ding. So, 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 so. So, 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 so. So, so, so. So, so. So, 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 neue idee wieder hierfür also für den nächsten raum man gemerkt und mal schauen dann mal dass wir hier hinten weiterkommen bei unserem rätselraum da hat einiges noch gemacht werden ist viel aufgabe zu tun noch und ich hoffe wir sehen uns dann wieder bei der nächsten aufnahme und ich danke euch recht herzlich fürs zuschauen wie ihr werdet mögt schreibt auch bitte sehr gerne eine nachricht wie ich halt für einer halte von den videos und weiter kann ich danke ich danke für das zuschauen und bis bald wenn ihr eure Leute und followt oder schreibt eine Nachricht einfach Ach, hab mich freuen. Dankeschön und bis bald.